Artikel 1 im Grundgesetz, das ist quasi Artikel 1 im 8-Char-Abuser-Gesetz. Party immer auf Schaden. Deswegen habe ich meine Party übrigens gerade auf Level. Na, mit Microsoft Edge bin ich echt zufrieden, also in meiner Erfahrung nach hat der bei mir zumindest die beste Performance. Von einem Browser, den ich bisher getestet habe. Sehr zufrieden mit Microsoft Edge. Ist nur Firefox, mit dem ich Probleme habe, aber den benutze ich nur geringfügig. EA Sports. Wir zocken im Stehen. AI generell ist wack. Am Anfang findet es jetzt jeder cool oder jeder hat es gefeiert. Aber spätestens, wenn die ersten Leute arbeitslos werden, weil AI ihre Jobs übernimmt, uff, dann ist es plötzlich gar nicht mehr cool. Dann findet es plötzlich keiner mehr cool. Wenn die ersten Leute arbeitslos werden, deswegen. Dann ist es plötzlich ein riesiges Problem. Jetzt findet es noch jeder cool. Yo, Swaglord McJohnson, alter. Yo, Swaglord McJohnson McGee. Das motherfucker hat zum Swag. Damn, was zum Swaglord. Damn, nicht schlecht. Oha. All right, baby. Hat sieht irgendwie weird aus. Der hat sieht so ein bisschen aus wie bei Prinzessin Leia. Okay, das C-Asset wird auch einschlagen wie eine Bombe. OMG. Das C-Asset wird einschlagen wie eine motherfucking Bombe. Hässlich. Junge. Tauli einfach nur am Haten. Irgend so ein fetter Gangster-Cloak. Hässlich. Irgendwelche Butterfly-Wings mit einem komischen Tamagotchi in der Mitte. Hässlich. Was willst du denn, Tauli, man, du dreckiger Hater? Du findest ja auch alles hässlich. Und dann releasen sie Rucksack Nummer 38 und Tauli sagt, Damn, den muss ich haben, baby. Rucksack-Lover. Imagine einfach Collaboration. Fly of the Universe X South Park. Tauli-Cloak. Für 2000 F-Coin. Und er spricht sogar. Mit Voice-Over. Manche CS-Pads machen doch Geräusche. Und Tauli, alle 30 Sekunden kommt ein Tauli-Voice-Line. Insgesamt gibt's 50 verschiedene und es ist random, welche kommt. Bisschen Kiffen. Und das Handtuch nicht vergessen. Glückwunsch zum Level-Up. Willst du einen durchziehen? Wow, das sind echt klasse Drops. Bisschen Kiffen. Und vergesst nicht, Kinder. Nach zwei Stunden Flivezocken erstmal einen durchziehen. Das Problem ist, das dürfen sie nicht machen, weil Gras in Korea Hardcore illegal wäre. Er ist. Gras ist in Korea ultra illegal. You? Als was arbeite ich? Na, offensichtlich nicht Friseur. Das ist lustig, ja? Mage ist nicht Critten, Ken Viner. I don't know. Ich fände Mage-Crits oder Spear-Crits oder Ability-Crits richtig cool. Aber ich fürchte, so weit sind wir noch nicht in dem Game. Fürchte, davon sind wir noch weit entfernt in Flive. Aber cool wär's auf jeden Fall. Loool! 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 Habt ihr das gesehen? Alter, habt ihr das gesehen? Yo! Game-breaking Mechanik entdeckt. What the fuck? Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht hab. Ich glaub, ich hab Auge des Sturms gemacht. Und in dem Moment hat mein Ranger ihn weggecrittet. Und das hat ihn einfach in eine andere Dimension teleportiert. Holy shit. Damn. Das müssen wir noch mal im Replay angucken. Hast weggeguckt?